Ciao zusammen, ich bin der Simeon. Du kennst mich vielleicht schon von Songs wie z.B. diesem hier. Aber um das geht es jetzt nicht. Es geht um ein niggelnagel neues Projekt von mir, das nicht nur nebenbei zu sein soll, sondern ein zweites Standband für mich geben soll. Es ist eine One Man Band, es nennt sich Highland Sanctuary. Und jetzt für die, die mich nicht so kennen, hole ich schnell kurz ein bisschen aus. Seit ich ganz klein bin, ist Musik für mich der Zentralpunkt in meinem Leben, wo sich alles rundum dreht. Seit 5 Jahren darf ich selbstständig 100% auf dem arbeiten. Und die Band, die jetzt daherkommt, ist eine One Man Band. Das heisst, ich spiele alles selber ein, komponiere alles selber, ich schreibe selber und singe selber und produziere das Ganze auch noch auf eigene Faust. Es klingt auf dem ersten Moment sehr sehr cool, ist ja so. Andererseits kann ich natürlich nicht mit anderen Bandpicklern z.B. Kosten teilen. Es kommen doch sehr viel Kosten auf M zu, wenn man hier die Singles aufnehmen möchte und dann ein kommendes Album plant. Ich habe in dieser Zeit keine anderen Aufträge annehmen, wo ich Geld verdienen kann, wo ich davon abhängig bin. Und natürlich zahlt man auch nicht mehr die Zeit, wo ich für dieses Projekt arbeite. Eine kleine Auflistung, was das alles so bedeutet und was es alles so kostet, das seht ihr nachher unten im Beschreib. Und dann seht ihr, dass das alleine relativ schwierig zu stemmen ist. Ich zähle auf eure Unterstützung und dass ich das Projekt nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell realisieren kann. Ich hoffe, dass es für euch ein paar Goodies dort unten hat, die für euch interessant sind. und bedanke mich jetzt für den Folgen. Merci viel für euch mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020